Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Unser Kader wird kleiner, unser Kader wird korrigiert und Blendi Idrissi wechselt zum SSV Jan Regensburg. Gerade noch darüber gesprochen, wie es mit dem weitergeht, ist die ganze Geschichte nun auch offiziell, denn Blendi Idrissi wechselt auf Leihbasis für ein Jahr zum Jan. Sein Vertrag bei uns läuft dann noch bis 2024. Über alle weiteren Modalitäten wurde Stillschweigen vereinbart, also wie üblich. Deswegen ist auch nicht bekannt, ob es eine Kaufoption gibt oder nicht. Bislang habe ich aber darüber auch noch nichts gefunden, deswegen kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass es sich einfach nur um eine reine Laie für ein Jahr handelt, was sicherlich auch für den Spieler der richtige Schritt ist. Blendi ist ein junger Spieler mit viel Potenzial, der auf Schalke den Schwung aus der U23 in den Lizenzkader geschafft hat und ein wichtiger Teil der Aufstiegsmannschaft war. Bei Regensburg kann er in den kommenden Monaten die nötige Spielpraxis sammeln, um sich weiterzuentwickeln, so unser Sportdirektor Rufen Schröder über die Laie. Wir wünschen Blendi für den weiteren Saisonverlauf alles Gute und viel Erfolg. Und ich denke mal, dem können wir uns auch alle anschließen. Es macht einfach Sinn, ihn zu verleihen. Bislang hat er es ja noch gar nicht in den Bundesliga-Kader geschafft. Und nun will sich Idrissi also konstant auf Zweitliga-Niveau beweisen und beim SSV auch Akzente setzen. Und wir gehen mal die Aussagen von ihm selber durch, die er bei Regensburg gegeben hat. Ich bin froh, hier zu sein und möchte nun so schnell wie möglich loslegen. Den Jan kennt er ja auch schon aus der vergangenen Saison und hat die Duelle mit Schalke auch noch gut in Erinnerung. Wir haben in Regensburg 1-4 verloren und auch auf Schalke war es ein sehr schweres Spiel. Der Jan ist immer ein ekliger Gegner, der hart arbeitet und bei jedem Spieler Gas gibt, sagt er. Und das passe auch zu ihm. Zudem will er auch eine gewisse Kreativität in den Jan-Elf bringen und die nächsten Schritte auch in seiner persönlichen Entwicklung gehen. Ich will mich überall weiterentwickeln. Ich habe noch so viel vor mir, will beim Jan Spielpraxis sammeln und der Mannschaft mit Toren und Vorlagen weiterhelfen. In dem Sinne, Glück auf und viel Erfolg, Blendi Idrissi bei Jan Regensburg sicherlichem Verein, der möglicherweise auch genau der passende fühlen ist, auch immer wieder selber junge Spieler ausbildet, auch per Laie. Und ich denke mal, das macht für alle Seiten Sinn. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.